Weil in 40 hat er über 3000 Hells und er hat mich weggefrühstückt. Ich habe ihn noch nicht gesichtet auf unseren Server, aber den Raptor. Und wie du hier alles platt machst, das Zitat, hier, T-Wax, Level 42, 3011, irgendwie um die 400 Schaden. Einfach wurde weggefrühstückt und Mammut hat weggefrühstückt und noch ein paar Raptoren hat er weggefrühstückt und, 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 und. Seht selber, wie unsere erste Begegnung, unsere erste jungfräuliche Begegnung mit diesem Alpha Raptor zusammengekommen ist. Wenn euch das Video gefällt, liked es, schreibt unten runter, was ihr von diesen neuen Alpha-Tierchen im Ark-Universum haltet. Ist das was Gutes, ist das was Schlechtes? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesen ersten Aufnahmen vom Alpha Raptor. Mann, 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 wir sind zwei Experten. Oh, scheiße, er geht. Er geht. Den muss ich jetzt töten. Nicht töten, nicht töten. Ich versuche den aufzuheben. Alpha Rex töten. Äh, Alpha, du hast meinen Raptor. Scheiße. Ja, der zerfleischt alles, der macht's. Äh, du hast meinet, ich glaub, du kannst ihn nicht aufheben. Das ist ein Alpha Raptor Level 16. Der tötet, mach Mut. Ja. Hast du was zum Zähmen dabei? Nee. Ja, heftig. Ich muss den gleich töten, Alex, sonst. Kannst du doch nicht töten. Ja, zumindest K.O. hauen. Kann man doch... Scheiße, ich hänge. Ja, was soll auch nicht töten. Oh, 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 oh. Es greift mich an. Soll ich das Vieh jetzt einfach... Ja, ja, er bleibt ja nichts anderes übrig. Ist tot, ne? Nee. Na ja, killt er hier alle unsere Viecher. Ich könnte grad mal... Vor allem... Gleich geht mein T-Rex drauf. Das ist einfach so. Vor allem ist das nur ein Level 16er. Hallo, der bekommt keinen Schaden, Alex. Alex, steig auf irgendein Vieh und hilf mir. Und ein bisschen Schaden bekommt er. Ja, du könntest ihn so töten, ne? Alex, steig doch auf den Mammut. Ja, Alter, äh... Weißt du, wie viel Miele mein Vogel hat? Der hat 400 Schaden. Du musst dich ablösen, mein Rex ist gleich komplett platz. Ja, ich bin hier... Spring mal ins Wasser, spring mal ins Wasser. Und warum sind die Viecher hier alle auf passiv und nicht auf neutral? Das weiß ich nicht. So, ich hab's jetzt mal auf neutral gestellt. Komm, geh mal im Krokodil vorbei. Geh mal im Krokodil vorbei. Mein T-Rex ist gleich tot. Ja, ja, zwangsfressen, zwangsfressen. Mein T-Rex... Hängt der an der scheiß Schildkröte fest? Komm, 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 komm. Komm, push dich hoch, push dich hoch. Ich bin mit dem Spiel, oder wie? Ich könnte doch nicht rein aufs Land. Doch, kann's... Ja, mein Drecks. Das ist mal mein... Fuck, weg, 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 weg. Boah, heftig. Das war's. Ich könnte es versuchen mit dem Spiel, oder wenn wir draufgehen, oder wenn wir draufgehen, oder wenn wir draufgehen, wird die Zulierung. Oh, mein Vogel ist auch gleich platt. Ja, der Raptor ist zu... Zug, mega. So, warte mal, Vogel muss futter. Scheiß, sie war ein Zahn. Scheiß, befiktet den Tag. Kack, dreck. So, was macht der Scheiß? Mein Drecksvieh. Ich, das ist gut, das ist gut. Ich fand, er ist gut, er ist schon, schon, schon angeschlagen. Wir hätten den einfach, sofort einfach... Also, wie solltest du denn, du wolltest den mit dem Rex angreifen. Ich soll, als er macht gut angegriffen. So, jetzt ist er tot. Er ist tot. Hätte es so, hätte man einschreiten können, aber... Wir haben die Viecher jetzt nur so einen Quadratmeter dran. Das ist, was für Booster, das ist verpackt, das scheiße, nach dem Letzten. Kann jemand gucken, ob da was im Update... Oh, Alter. Guckt sie mal an, was der hier angestellt hat. Weil, was immer was zum Erden aus dem Viech? Das war nun, 16 Jahre vor der Kommune, Alpha Rex, Level 50. Alter, wir müssen unsere Hütten einkreisen. Das war nun, 16 Jahre vor der Kommune, und dann nur Raptor. Heftig. Heftig, 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 heftig. Nur noch mit Carlos unterwegs und... Der hat doch gerade in welchem Level, was dann... Weil, 40 Jahre über 3.000 Hälsen, der hat weggefrühstückt. Boah, heftig. Der ist einfach komplett weggefrühstückt. Doch Angst davor haben. Du darfst keine Angst, genau. Ja, schon ein heftiges Ding. Gerade mal Level 16, wie der Fuzzi schon schön sagte. Stell dir mal vor, da kommt ein höherer Level hier. Alpha T-Rex hat hier alles platt gemacht. Okay, bisschen doof. Die Tiere waren auf passiv gestellt anscheinend. Okay, nicht mal in Schuld, nicht mal Lager gewesen. Aber egal. Ich hab mich auch vielleicht nicht genau gut oder einfach nur blöd angestellt an dieser Stelle. Hätte man vieles anders machen können. Aber was haltet ihr von diesem Pussilchen-Tierchen? Schreibt es unten in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Bitte Daumen nach oben und teilen nicht vergessen. Wäre auch spitzenmäßig. Also bis dahin kann ich nur sagen, ich bin der Alex Budis von DGZ. Ich bin immer für euch da. Und schaltet mal wieder... Nein, schaut euch das andere Video an. Und zwar von unserem Alpha Kano. Den haben wir auch gesehen. Also bis dahin kann ich sagen, ich bin der Alex Budis von DGZ. Ich bin immer für euch da. Und schaltet mal wieder ein, wenn es heißt... Du bist durchgezockt. Socken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile, geile, geile Socken. Bis zum nächsten Mal.